Wir hatten viele verschiedene Bier, wir haben schön aufgegangen, wir haben gegessen, wir haben Künkel gehabt, was uns gefällt hat, heute sind wir noch bis jetzt, ich möchte euch einfach zeigen, was alle hier zurückkommt, bilden dann natürlich die anderen Seite, die wir heute in der Arena sind und mit der Filter im Begegnung meiner Leben, mit dem Bierkopf, mit 5 Minuten.